Das ist so schwierig zum Teil. So, jetzt gehe ich wieder hier raus. Hier sollte er irgendwo sein. Okay, passt da. Opfer, nice, nice, nice. 1000, 1000, 1000. Kopfgeld entfernt, hack beendet bei 36%. Bald habe ich ja die nächste Stufe, habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, wie habe ich zwei? Hm? Warum ist das so rot gemacht? Ach, so cool. Ähm, mal gucken. Kombinationsstörer. Ja, die Hochbahn, das können wir echt mal machen, oder? Okay, was bleibt uns noch übrig? Was ist das hier? Splitterkanal? Ja, komm, machen wir auch mal. Moment, wo muss ich denn da lang? Lass mal hier lang. So, so, so. Ähm. Hey, rotzt du hier auf die Straße lang, hm? Hm, hm, hm. Okay. Ich habe ja diesen Auftrag. Ich muss natürlich auch an die, äh, machen. Ah, das sieht schon so aus einer Gasse. Oh, gerade so. Scheiße. Okay, wer ist denn hier? Ich muss nicht glauben, dass sie in die Stadt gehört. Kein Schritt weiter, Mann. Wir haben was zu bereden. Ich, äh, ich, ich wollte nicht weg. Lügner, kotzt mich an. Wusstest du das? Bitte, ich will doch nur meine Ruhe. Stopp. Geh weiter. Ah, fuck. Ah, mein Gott. Knappe. Hopf unverletzt. Sprichverbrechen virtualisiert. Perfekt. Eigentlich darf ich nur dazu. Rückentatür stichen. Naja. Polizeiakte. 6 von 20 Polizeiakte erkennt. Da, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr. Hm. Wie es ausschaut, haben wir noch Zeit für... Restaurant soll es sein? Okay. So was weiß ich ja noch gar nicht, ja? So, nehmen wir natürlich mein Audio-Welt wieder. Vorsicht, ja. Drei Jahre sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern 800 Dollar pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa 350 Dollar gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien... Ja. So, so, so. Gucken wir doch mal ein Geschäft nach. Hm? Was war? Regeln was? Regeln wir sich? Nein. Warte. Hm. Können wir lang. Nice. Ah, es gibt es denn hier schön. Das sieht aus wie ein McDonalds hier, die Unordnung hier. No Smoking, Food Paration, äh, okay. Interessant, interessant, interessant. Hey, sieht es echt so aus wie egelig. Gott. Das ist ja... Krass. Hacken? Puh, 3005, cool. Okay, wo geht's? Äh, hier geht's noch draußen. Okay. Ah, wir müssen mal einkaufen. Achso, hier gibt's noch diese Softdrinks. Äh, nö, danke. Musik. So, gucken wir doch mal wieder an, Lautsprecher, Song, Akromat und Bäm und Bäm. Naja. Nichts halbes wie das Ganze ist. Was wird da? Das Kind ist nicht von mir. Aber sie sagt mir, er ist von dir. Ich hatte nur einmal ungeschützten Sex mit ihr. Und nur, weil sie es wollte. Einmal ist genug. Aber das war erst vorgestern. Sie konnte noch gar nicht wissen, dass sie schwanger ist. Hast du eine Idee, wie das gehen soll? Der vorige. Oh, ähm, eigentlich hab ich keine Ahnung. So schnell können die das nicht wissen, oder? Oh, mein Gott. Wie? Jetzt solche Typen, die nicht... Naja. Die nicht mehr wissen, dass sie verarscht werden. Was machen wir denn jetzt am besten? Gemächtert lang? Ja, ne? Okay. Tüüüü. Und es geht los. Oh. Ja. Oh. Oh. Tut mir leid, sorry. Und... Ähm. Okay. Kann man hier hochfahren? Nice. Ah, ne mit Schwung. Gut. Mit dem Motorrad vielleicht, ja? Kann man hier hochfahren? Ähm. Kann ich nicht hier vorbei? Oh. Okay, Moment, ich komme nicht vorbei, ne? Hm. Aber runter komme ich wieder ohne Probleme, lustigerweise. Hä? Oder auch nicht? Weg der aus dem Weg, ey. Nee. Oh, hallo. So, fangen wir jetzt mal hier an. So, ein kletcher Flitzer, ja. Oh, oh, soll er hin? Sorry, sorry. Ja, ja, steht alles im Blick. Oh. cool aus nicht schlecht ich wollte so eine kleine bohrer hin ich hatte gerade eine idee gehabt für einen kleinen sprung Was? Wurdest du drassen? Moment, hä? Achtung? Nein, nicht viel. Oh, was ist hier alles Ramm, ey? Nein, es ist so. Hm, also die Brücke reagiert sehr schnell. So, ich muss echt mal gucken, wo ich heute lang komme. Also, von außen komme ich nicht hin. Oh, die Geräusche, ne? Okay, ich denke wir müssen hier hoch. Dann hier. Ah, okay. Und dann hier hoch. Äh, klettern, komm. Mensch, ich muss irgendwie hier hoch. Hä, der Lift? Warum ist der Lift hier? Hm? Strange. Okay. War da unten nicht eine Lampe? Äh, ne. Moment, ich muss mal kurz... Was? Was macht das? Ah! So. Äh, äh. Kamera ist dort eine. Das ist nice. So, wo läuft denn die lange? Da haben wir eine Kamera. Oh, nice. Perfekt. Schon gefunden. den Eingang. Den Eingang. Cool. Zack. Und. Und. Zack. Und. Zack. Ich bin supert für unseren Handy. Äh, so würde ich das sagen. Beziehungsweise ein neues Gebiet freigeschaltet. Wo wir uns ganz einfach hacken können. Neue Sammelobjekte, neue Untersuchungen. Äh. Was? Zwischen konnte ich gar nicht klicken. Gucken. Was Sammelbares? Äh. Schauen sie alle... Erfolg. Okay. Dann ist ja nicht ein Speedstar, nachdem man sich umdreht. Mhm. 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 Alle Türen bewahrts, bewahrts für eine Einbrüche. 30. Was ist das hier? Song Sneak. Es erhalte... Es erhalte... Erfolg erhalten für Benutzer von Song Sneak. Schallen... Ach so, mit der... Ach, alle Lieder freischalten. Okay. Wie viele Lieder gibt's denn davon? 23. Gut. Geht ja. So, was haben wir hier? Einbruchaufträge. Äh. Sieht ein wenig Hummelaufträge. Hab ich noch gar keinen. Okay. SMG11. Hm. Sieht ja sehr ansehnlich aus. So, was haben wir hier? Schönes... Sehenswürdigkeiten. Dann hab ich zwei. Audio Locks hab ich fünf. Ach du Gott. Hm. Oh, das möchte ich doch hier hoch, ne? So, könnte ich nicht irgendwo hier runterspringen? Ach, dafür hab ich den Lüft. Die ruhig. Ach, welches der hat deswegen da? Das muss ich den ganzen Weg wieder runter müssen. Was? Verbrechen wir kann! Was soll ich machen? Ach, 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 ach.. Ach, 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 ach. Von anderen Häcks gehackt. Okay. Muss ich da jetzt aufpassen? Ne, ne? Kauft regelmäßige Bücher. Oh nein. Lustige Familie, würde ich da so sagen. So, das Verbrechen, das ist in 100...